Die Wahrheit des Leids Die erste der vier edlen Wahrheiten ist die Wahrheit des Leids. In den verschiedenen philosophischen Schulen des Buddhismus wird der Begriff Wahrheit unterschiedlich interpretiert. So gibt es beispielsweise einen wesentlichen Unterschied in der Art und Weise, wie die Prasangika-Madhyamika-Schule und die Schulen des Shravakayana gewöhnliche Wesen von höheren Wesen oder Arias unterscheiden. Im Shravakayana wird danach unterschieden, ob eine Person eine direkte, intuitive Einsicht in die vier edlen Wahrheiten erlangt hat oder nicht. Die Prasangika-Madhyamika-Schule akzeptiert dieses Kriterium nicht. Sie vertritt die Ansicht, dass gewöhnliche Wesen ebenfalls direkte Einsichten in die vier edlen Wahrheiten haben können. Ich werde nicht näher auf diese Argumente eingehen, da sie die weiteren Erläuterungen unnötig komplizieren würden. Wir beschäftigen uns stattdessen gleich mit der Bedeutung des Begriffs Leid oder Durka. In unserem Zusammenhang ist Durka die Grundlage für leidvolle Erfahrungen und bezieht sich im Allgemeinen auf unser Dasein, das durch Karma, Verblendungen und leidvolle Emotionen bedingt ist. Der Meister Asanga macht im Kompendium des Wissens, dem Abhidharma Samuha, ja die Aussage, dass unter Leid oder Durka sowohl die Umgebung, in der wir leben, als auch die darin lebenden Wesen verstanden werden muss. Nicht alles ist Leiden Wir können nicht sämtliches Leiden beseitigen Es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten nur glücklich sein, wenn wir sämtliches Leiden beseitigen. Es gibt viele Dinge, über die wir unglücklich sind, aber es gibt auch vieles, das uns Freude macht. Am Morgen erwachen, ruhig und friedvoll mit einer Freundin zusammensitzen, das ist Glück. Das bedeutet aber nicht, dass wir damit vollkommen ohne Leiden wären. Jeder von uns trägt ein gewisses Maß an Leid in sich, aber wir können damit auf eine geschickte Weise umgehen. Sagen wir, das Leben bestehe nur aus Leiden, ist das nicht richtig. Doch behaupten wir, dass das Leben nur aus Glück bestehe, wäre auch das nicht korrekt. Es gibt beides, und beides spielt seine jeweilige Rolle. Wüssten wir nicht, was Hunger ist, könnten wir gar nicht genießen, etwas zu essen zu haben. Wir essen gut und sind glücklich dabei, wenn wir wirklich hungrig sind. Doch wir können nicht darauf warten, erst dann glücklich zu sein, wenn wir uns sämtlichen Leidens entledigt haben. Dieser Moment wird niemals kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017